Erik Musambani hat hier bei Olympia sein Seepferdchen gemacht. Wir bleiben im Wasser, Wasser springen. Leider erfährt dieser Sport nur alle vier Jahre eine richtige Würdigung. Wenn dann noch eine so sympathische Springerin dabei ist wie Dörte Lindner vom 3-Meter-Brett, dann ist heute der Tag, wo dieser Sport mal so richtig seine Erwähnung findet. Und das macht jetzt Hajo Seppelt. Akrobaten der Lüfte, atemberaubende Sprünge, Ästhetik im Aquatic Center. Und eine wollte hoch hinaus vom 3-Meter-Brett. Auf Platz 5 nach dem Halbfinale Dörte Lindner, Heimatstadt Rostock, seit vier Jahren lebt sie in Los Angeles. Medaillenhoffnungen im deutschen Block, der die Chinesinnen, wie deren Star Ming Xia Fu, zunächst und überhaupt, wie am Uhrwerk aufgezogen, rotieren sah. Auch Dörte Lindner drehte erst einmal, ein wenig zumindest, am Rad für eine optimale Federung des Bretts. Und dann fliegend. Ein dreieinhalbfacher Vorwärtssalto, den nur wenige in der Weltspitze zeigen. Dieser Sprung im dritten von fünf Durchgängen brachte sie erstmals auf Rang 3. Schwedens Schönheit Anna Lindberg hielt mit und dagegen, mit einem Auerbach. Zweieinhalb Rotationen im freien Fall, nach hinten drehend. Und wie. Und was am Ende dieser Runde? Hauchdünn der Vorsprung für die dritte, für Lindner vor Lindberg. Ein Vorsprung von 0,7 Punkten. Der vierte Durchgang. Die Trockenübung mit dem Rücken zur Sprunganlage und vor dem Rückwärtssalto. Und wieder, was für einer. Dörte Lindner zeigte sich nervenstark. Ihr bester Sprung des Tages. Die Schweden fiel zurück und Dörte Lindner blieb auf Rang 3. Vor der Weltklasse Konkurrenz, aber weiterhin knapp. Vor dem letzten, dem fünften Durchgang. Und vor den Augen der strengen Jury. Erst die Simulation vor der Entscheidung. Und dann Selbstgespräche vor dem Delfinsalto. Dann galt es. Absprung mit dem Rücken zur Brettkante. Vorwärtsdrehung zweieinhalb Mal. Und wieder sicher. 68 Punkte für diesen Sprung. Nun aber kam die Russin Julia Pachalina. Jetzt knapp hinter Lindner auf Platz 4. Sie musste 75 Punkte erzielen, um an der deutschen Konkurrentin vorbeizuziehen. Ein komplizierter Schraubensprung. Höher im Schwierigkeitsgrad als per Dörte Lindner. Gelungen. Aber nur 70 Punkte. Dörte Lindner blieb auf Platz 3. Zwar hinter der souveränen Siegerin Minxia Fu und Yingjing Guo, beide aus China. Aber trotzdem. Bronze war ein Riesenerfolg für das deutsche Wasserspringer-Team. Und vor allem für Dörte Lindner persönlich. Eben noch auf dem Siegerpodest, jetzt schon bei uns im Studio auf der kleinen Harbour Bridge. Herzlich Willkommen bei uns, Dörte Lindner. Herzlich Willkommen. Und herzlichen Glückwunsch. Das ist ja ganz wichtig. Also ich habe gelesen, das erste Wort, unmittelbar danach. Von Ihnen war, ich habe das mit dem Kopf gemacht. Wie soll ich das denn verstehen? Na gerade bei so einem wichtigen Wettkampf wie die Olympischen Spiele ist sehr viel Kopfsache. Alle sind eigentlich körperlich fit und dann kommt es wirklich nur darauf an, was man mental drauf hat. Jetzt kamen Sie eben hier an und haben gesagt, ich habe noch nicht duschen dürfen. Das verstehe ich jetzt beim Wassersport überhaupt nicht. Was ist da vorgefallen? Weil die drei Erstplatzierten, die werden gleich zu Dopingkontrolle rausgesucht und man darf da nicht duschen. Weil man wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich habe die Frau auch eingeladen, die hätte auch mit mir duschen können, aber das wollte ich nicht. Weil ich mag eigentlich nicht so nach Chlor riechen, aber das kriegen wir heute schon hin. Ja, aber das gehört natürlich nur zum Beruf dazu, das ist das Chlorwasser. Dann gab es ja Ärger mit den Badeanzügen, die waren zu klein und die waren zu durchsichtig. Wie ist denn das Problem gelöst worden noch? Ach, mit den Speedo-Badeanzügen? Ja, also ich bin, auf jeden Fall muss ich in meinem roten Badeanzug springen, bei wichtigen Wettkämpfen. Das habe ich heute auch gemacht. Das war auch ein Speedo-Badeanzug, aber nicht von unserer neuen Einkleidung, sondern schon von der Einkleidung vorher, die ich damals in Amerika gekriegt habe. Da haben Sie gesagt, hätten Sie doch gleich nackt springen können, das war Ihre erste Reaktion. Naja, weil einige Badeanzüge waren doch schon ganz schön durchsichtig. Und es steht irgendwie in den Regeln für die Olympischen Spiele drin, dass es moralisch einwandfreie Bekleidung sein muss. Und also das darf man nicht zeigen. Aber die Kollegin Anita Walker hat doch damals nach Atlanta, die ist doch gleich nackt in den Playboy gesprungen. Ja, da war sie ja nicht mal beim Wettkampf mit dabei. Würden Sie sowas auch machen? Ähm, wenn die Bilder schön sind, vielleicht, ja. Ja, ja. Nun sind Sie ja wieder nach Rostock zurückgekehrt, haben glaube ich noch einen Koffer in Los Angeles. War das ein Vorteil für Sie, um sich auf Olympia vorzubereiten? War das ein besseres Training als zu Hause daheim? Äh, na, ich habe ja in den letzten vier Jahren in Amerika studiert und auch trainiert. Und die letzten vier Jahre haben eigentlich sportlich total viel gebracht. Gerade diese Kopfsache, dass ich eben halt von mir überzeugt bin und selbstbewusst bin. Ähm, die letzten zwei Monate habe ich halt in den Rostock trainiert. Und auch das war gut, also weil meine Trainerin ein bisschen härter ist und ein bisschen mehr mit mir durchgreift. Jetzt mal alles zusammen. Ähm, hat das eigentlich ganz gut funktioniert, ja. Sie haben Publizistik studiert, das heißt Sie... Nein. Nein? Nein. Ich habe Kommunikationswissenschaften studiert und Wirtschaftswissenschaften und habe auch im Mai abgeschlossen. Ist schön, wenn wir Journalisten dann recherchieren und kommen mit der falschen Information daher, ne? Ist schon okay. Ja, ja. Also, äh, wie geht es denn jetzt weiter? Sie haben gesagt, dies war der erste und letzte Olympia-Wettbewerb für Sie. Das sollen wir Ihnen glauben? Ja, also denke ich schon. Ich bin 26 Jahre alt und ähm, ich war schon immer so ein Sportler, der nicht nur auf einem Standbein steht. Also nicht nur auf dem Sport, sondern sich auch beruflich ein bisschen konzentriert. Und ich denke, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt muss ich meine ganzen Fähigkeiten, Motivation eben halt in die berufliche, ähm, Schiene lenken. Und ich sage mal, noch nicht nächstes Jahr und noch nicht übernächstes Jahr, weil ich denke, dann irgendwann werde ich eben halt meine ganze Energie beruflich einsetzen. Was wollen Sie machen beruflich? Also mein Traum ist, äh, wieder zurück nach Amerika zu gehen und da erstmal zur Law School zu gehen, zwei, drei Jahre. Dafür muss ich aber erstmal irgendwie einen Sport machen. Sie wollen Jura machen? Ja. Ja, ja. Also ich habe schon mal... Ich bin überhaupt nicht vorgestellt, du kannst erschüttert jetzt. Ehrlich? Ja. Ich denke, das ist doch so... Nein, ich möchte kein Anwalt werden. Jura ist doch unerotisch, oder so? Unerotisch? Ne, ich möchte kein Anwalt werden. Aber ich finde einfach, das Rechtsgebiet ist wahnsinnig interessant und das war schon in Deutschland interessant. Ich habe auch drei Semester in Deutschland studiert. Jura und bevor ich rüber bin nach Amerika und es ist in Amerika noch viel interessanter. Also nicht unbedingt Anwalt zu werden, sondern einfach nur, um das zu studieren, das Wissen zu haben. Haben Sie Patrick Grafter getroffen? Na klar. Ein gewöster Wunsch. Was hat er gesagt? Na, ich habe ihn einfach gefragt, ob ich ein Bild machen kann und alle haben irgendwie ganz dumm weggeschaut, weil es wahrscheinlich peinlich ist. Aber ich finde, das ist ein totaler Superstar und sieht gut aus. Und na klar, hat er mit mir ein Bild gemacht und hat sich auch danach noch unterhalten, aber ich konnte kein Wort mehr reden. Also Stefan, mein Trainingspartner, hat sich die ganze Zeit unterhalten. Ich stand nur da so. Jetzt sind Sie auch ein kleiner Superstar. Herzlichen Dank für den Besuch. Alles Gute, Dördlindler. Und ich möchte schon mal eine Einladung aussprechen für den 25. November. Die Ersten Deutschland Sportler 2000. Super. Und Sie sind mit dabei. Dankeschön. Kommen Sie vorbei. Dankeschön. Das ist schon mal die offizielle Einladung in München. Und danach ein Boomerang. Und Sie haben sicherlich auch große Chancen bei der Wahl. Sicherlich Kandidatin und das ist ein Boomerang. Ja. Können Sie mal zu Patrick Graf darüber werfen beim nächsten Spiel. Ja, mal sehen. Ja, mal sehen. Ja, war ja nicht so gut. Ich habe heute schon so ein bisschen mit Tennis zugeguckt. Also Tommy Haas gegen Kavallnikov. Und schade, dass Tommy nicht gewonnen hat. Aber ist schon okay. Ja? Ja. Dankeschön.